Die Fahrer haben auf ihre Offroad-Autos gewechselt. Jetzt wird's richtig schmutzig. So wie ich es mag. Und sind im Gelände. So wie ich es mag. Du bist letzter Mann. Ich wusste, ich hätte dich coachen sollen. Ich schaff das schon, Mr. Offroad. Das Haus sponsert doch kein faires Rennen. Hier, Adam 35, Atem 1410. Mehrere Ziele fahren Offroad Richtung Airfield 73, Code 3. Stoppen Sie Tyler Morgan. Die anderen sind unwichtig. Zentrale, bitte Bestätigung dieser Anweisung. Bestätigt, Adam 35. An alle Verfolgungseinheiten. Tyler Morgan ist das Primärziel. Ignorieren Sie die anderen Fahrzeuge. Jetzt ist die Polizei mit. Im Spiel. Und Sie scheinen sich dabei zu konzentrieren. Stecken Sie da das Haus dahinter? Sie haben Killswitches. Keine Sorge. Rust-Spielzeuge müssten dich schützen. Müssten? Hier, Adam 13. Der Killswitch funktioniert nicht beim Zielfahrzeug. Bitte präzisieren Sie das, Adam 13. Ist Ihr Killswitchgerät defekt? Negativ, Zentrale. Zielfahrzeug reagiert einfach nicht darauf. Perfekt. Ihr Killswitch hat nicht funktioniert. Yes! Der Schuss funktioniert. Natürlich tut er das. Wäre noch nicht ewig. Der Mann brennt die Scheißreise durch. Also wehren die Kopf lieber schnell los. Mac, diese Kopf gehen mir langsam echt auf die Nerven. Halt einfach bis zum Airfield durch. So warte Deine Überraschung auf sie. Die Führung nimmt mir so leicht keiner mehr. Die Führung nimmt mir so leicht keiner mehr. Mac, nehmt ihr die gesamte Polizei von Fortune Valley am Arsch? Ihr habt's gehört, Freunde. Los geht's! Die League 73 steht nicht weit. Free Ender Militär stehen bereit. Wir setzen den Kopf so lange zu, bis sie uns jagen. Wir regeln das schon, Mann. Noch eine letzte Runde. Jetzt zählt's. Der Grifia-Syst ist im Spiel. Wir beschäftigen die Kopf von Brex, dem Newham Lake. Hier ist der Riot Club. Wir halten die Kopf in Downtown beschäftigt. Leg los und gewinn das Rennen, Big Brother. Wir kämpfen sie nicht. Noise Bomb hier. Wir sind in Silver Canyon eingeschlagen. Silver Stick in the Barrio. Wir halten die Kopf hier mächtig auf Trag. Hol dir den Sieglicht ein. Zentrale, Armour 22 meldet mehrere Co. 3-Vorfälle in und außerhalb der Stadt. Fordere sofortige Unterstützung an. Die Lage droht zu eskalieren. Das muss warten. Wir brauchen alle verfügbaren Einheiten zum Morgen. Bei allem Respekt, Mann. Wir haben's überall mit rücksichtslosen Fahrern zu tun, die öffentliches Eigentum gefährden. Situation ist kritisch. Bestätige Armour 22. Coopress an alle Laufbahn-Einheiten in den Bezirken 154. Bringt diese Fahrer und Fortune Valley unter Kontrolle. Schön, dass wir in Valley so viele Freunde haben. Wir alle stehen hinter dir, Kumpel. Und jetzt gewinn das Ding! Dich schnapp ich mir. Geht doch einfach auf! Dich schnapp ich mir. Tyler ist kurz vor dem Ende der Offroad-Etappe unter den Top 3. Er kann es schaffen. Bleib konzentriert. Es ist bald geschafft. Der Offroad-Etappe der Offroad-Etappe des Outlaws-Rushing-Find. Finde ein Fall gegen den letztjährigen Champion. Wird es Tyler sein? Eure Rüterin würde sagen, es sieht gut aus. Das läuft gut, Ty. Wir alle feuern dich an, Kumpel. Danke für die Hilfe, Matt. Und Tyler Morgan gewinnt die Offroad-Etappe des Outlaws-Rush. Die Offroad-Etappe des Outlaws-Rush-Rush-Rush-Rush-Rush-Rush. Die Offroad-Etappe des Outlaws-Rush-Rush-Rush-Rush-Rush-Rush-Rush-Rush-Rush-Rush-Rush-Rush-Rush-Rush. Vielen Dank.